Leute, 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 die jetzt 18 Jahre alt sind, am 2. März haben wir eine Kommunalwahl und wir haben eine Frage, wenn die Gemeinschaft aufsteht, ist ja ruhig da hin. Und ich hoffe, dass ihr wisst, was ihr wählt. Ich schruchzeuge, wir spielen auf den Weg. Ich hab' den Mann aus, oder? 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 Dann haben wir dann 13.000, oder? Dann haben wir 12 Euro hin, dann besprechen wir uns auch nicht. Wir wollen ja beide jetzt sechs Jahre haben. Und dann soll jeder die freie Bände der Mannschaft von Grasmatztab unterstützen. Und dann können wir da die beiden Freibringer haben. Aber jeder, jeder, schon mit sechs pro Grasmatztab. Voll ab!